Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben Scheißwetter. Shitwetter. Shitte. So. Ja, wo fahren wir denn hin? Apropos, das ist ein britisches Schiff. Stufe 4. Ähm, ja, Aussprache bin ich mir nicht sicher, aber ich würde sagen, Deney. Mag buckeln, was hat es für Bewaffnung? Oh, ja, wir gucken jetzt mal die Hupe. So, Profis machen das. Äh, Feuerreichweite, der Hauptbatterie 12,5 Kilometer, Torpedos nur 6 Kilometer. Und die Flakbewaffnung ist sehr kurz, mit maximal 2,5. Haben zwei unterschiedliche Werte, liegt daran, dass wir zwei unterschiedliche Flaks wahrscheinlich daran haben. Sieht man das überhaupt? Also einmal haben wir da oben eine Flak. Äh, doch, hier einmal an die Seite hier. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber da wo freies Umsinn ist. Einmal hier eine fette Flak. Und ich glaube, dazwischen, zwischen den dicken Rohren da, da haben wir noch eine Flak. Torpedowerfer, die sehen auch cool aus. Ich weiß nicht, was ich an diesen Schiffen so finde. Ich habe keine Ahnung. Es geht mir mit Panzern aber genauso. Ich weiß nicht, was ich an dem mag. Wahrscheinlich habe ich als Kind zu viel Kriegsspielzeug bekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was habe ich gesagt vorhin? 12,5. Erkennbarkeit zu Wasser, 10,4. So, drei Zerstörer schon mal Richtung A. Sieht ja schon mal ganz schlecht aus. Na gut. Ich begleite den aber hier. Die Heller oder der Heller 18. Fahnd dieser Insel und gucken, ob es hier läuft oder da läuft. Was Unterstützung braucht. Ist so meine Idee. Kohlberg. Können wir uns die Kohlberg schnappen? Oh, da ist natürlich... Ich mag die Zerstörer nicht. Er hat auf die Insel zu. Und der müsste jetzt eigentlich fast entdeckt haben. Nein, da nicht. Dann hauen wir ihn jetzt an auf den Latz. So. Ah, ist wie viel zu kurz. Oh, kam an. Wie unerwartet. Und die kam auch an, Mann. Ja, mach ich gern. Wenn er jetzt nicht Nebel macht. Wir haben A eingenommen. Fantastisch. Dann kommen wir nämlich gleich weg. Und... Zerstörer gegen Zerstörer versinkt. Ja. Noch ein. Ah, ich muss hier weg. Wir fahren rüber. Unser Team hat die Führung... ... Ich bin doch immer drauf da. Dreh, 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 dreh. Alles raus damit. Ah, die Kanonenkugeln, die wir verschießen, sind schlecht. Die müssen weg. Dreh, 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 dreh. Dreh, dreh, dreh. Dreh, geh zu diesem Bereich zurück. Stirb doch endlich mal. Das ist die Gier. Ah, so. Wir brennen, wir brennen. Diese Weihnachtsbaum. Achja, wir wollten zu C. Haben wir ja gerade gemacht. Und nochmal. Arsch rum, Arsch rum, Arsch rum. Wuhu. Arsch ist rum. Meine Torpedos alle daneben. So, jetzt drehen wir aber auf. Ach, wir fahren in die nächste Feindgeschichte rein. Oh, der darf früh losgeschickt. Gut. Ach, schade. 21.000 Schaden nur gemacht. Knapp über die Lebenspunkte von meinem Schiff. Da hat er fast 21.000. Aber ich finde, das Team hat wunderbar zusammengespielt. Viele Zerstörer haben uns perfekt aufgeteilt. Die anderen haben gute Unterstützung gegeben. Ja, und wir haben halt schön abgelenkt. Ob ihr das jetzt... Weiß ich nicht, wie ihr das jetzt fandet, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nicht gewusst, wo ich hinfahren soll. Und ich hasse es bei Spielen generell irgendwie zu campen. Also, naja, macht man wahrscheinlich ab und an mal. Aber mich hier irgendwo hinter einer Insel zu verstecken. Und gerade hier vorhin, wo ich hier war. Wir waren ja... Warte mal. Genau, hier waren wir. Die Insel gibt ja kaum Deckung. Und die Zerstörer waren weit dahinter. Ich weiß nicht, was die vorhatten. Die hätten eigentlich hier hinfahren können und dann... Nein, aber das machen sie eh gerade. Schönen Torpedo-Spaß. Ah, komm, Zerstörer. Auf nah kommt das Scheiße. Aber der muss fallen. Ja, Zerstörer... Ja, Torpedo-Spaß. Hat er, glaube ich, mitgenommen. Ja. Die Shenyang hat er auch noch versenkt. Hervorragend. Hervorragend. Und wir haben alle drei Punkte... Wunderbar eingenommen. Und Sieg. Ich bin leider ein bisschen zu früh gestorben. Aber... Also, von mir war es mittelmäßig, sag ich mal, gespielt. Aber von den anderen Teamen war gut gespielt. Wir haben zwei Schiffe versenkt. Ah ja, den ein Zerstörer und den ein... Kreuzer. Habe ich schon vergessen. Hm. Aber trotzdem, da hätte noch ein bisschen mehr drin sein können. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da. Oder am besten ein Abo. Davon kann ich auch jede Menge gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.